Die interaktive Mediathek des IQSH wird für Lehrkräfte des Landes Schleswig-Holstein angeboten. Lehrkräfte anderer Bundesländer haben ihre eigenen Mediatheken. Wie erhalte ich einen Zugang? Es gibt derzeit drei Zugangsarten mit Schüler-Login, mit E-Mail und mit Schulnummer. Als Lehrkraft verwenden Sie bitte ausschließlich die Anmeldung mit E-Mail. Vor der ersten Nutzung müssen Sie sich einmalig selbst für die Mediathek freischalten. Das geschieht über das IQSH-Account-Management-System, welches Sie über diese Adresse aufrufen können. Verwenden Sie nun Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort, welches Sie für Ihren Formix-Zugang benutzen. Falls Sie Lehrkraft in einer allgemeinbildenden Schule sind, wählen Sie Mandant IQSH. Als Lehrkraft einer berufsbildenden Schule wählen Sie Mandant SHIP. Dann klicken Sie auf Anmeldung durchführen. Nun werden Ihre persönlichen Daten angezeigt. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Berechtigungen. Scrollen runter, bis Sie die Kachel-Mediathek gefunden haben. Und dort gehen Sie auf das Plus-Symbol und klicken auf Registrieren. Ab sofort ist Ihr Zugang für die Mediathek freigeschaltet. Jetzt können wir die Mediathek aufrufen und unser Login ausprobieren. Das war's. Die Kachel-Mediathek freigeschaltet. Das war's. Die Kachel-Mediathek freigeschaltet. Und wenn Sie sich zehnmal auf den Kachel-Mediathek freigesch PDF-A-SCHATG,